Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei 13 Sentinels. Ähm, da müssen wir noch freischellen Charaktergeschichte von 35% oder mehr. Boah, es dauert noch ein wenig, warte mal. Bei ihr können wir nicht weitermachen. GX6 Geheimakten noch. Schließen hat Zonominami's Ereignis, Exterminator. Yuki Takayami's Ereignis, Medikamentrohle, bitte. Yuki, wer war Yuki? Das war sie, ne? Mädchen mit roter Brille, das ist die eine. Oh, die haben wir auch noch gar nicht freigeschalten, merke ich gerade, ne? Die mit den Zöpfen. Zone 1, Alter, da müssen wir kämpfen. Neji Ogatas Ereignis vergiften. Neji haben wir auch noch nicht freigeschalten. Zone 1. Oh, warte mal, den haben wir schon freigeschalten. Okay, gut zu wissen. Oh, Alter, geht's mit Yuki Takamiya. Auf dem Dach der Sakura-Oberschule. Keine Ahnung, was liegt da? Was ist das? Warte mal. Das, das, was? Hä? Das ist doch... Das ist doch die Großmutter vom Kurabe. Hä? Was? Also ich weiß gar nicht, was das gerade abgeht. Ich bin eine Frau von Natschan im Sprache. Ich bin mir so, dass ich mich sehr interessiert habe. Ich habe keinen Bock, dass ich mich nicht füllen. Ich bin ein bisschen verrückt. Hä? Hä? Das ist ein Ringo-Juße. Als ich die Kinder hatte, hat man mit Natschan sehr viel zu essen. Na? Hä? Ich konnte doch zwei Sachen fragen. Ach, egal. Ich habe keine Ahnung, dass ich nicht in der Zeit bin. Wie geht's das? Wie geht's das? Ich liebe meine Sprache. Ich habe mich sehr interessiert. Ich habe mich sehr interessiert. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich sehr interessiert. Das war's für mich. Du bist ein blödsinniger Typ. Du bist ein blödsinniger Typ für mich. Du bist ein blödsinniger Typ. 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 Okay, hier kann man niemanden was fragen. Ich will ein bisschen, ob du... Okay, das ist gut. Du bist ein blödsinniger Typ. Du bist ein blödsinniger Typ. Du bist du so an? STRK- Du bist ein blödsinniger Typ. resultado 당신 sagt? In general prankst du 이용geritäts suisse vor- Hoi this. Du bist ein blödsinniger Typ. Das ist die Rettung des Rettungsabschlusses. Ich habe mich über die Rettung des Rettungsabschlusses gelegt. Ich habe mich über die Rettung des Rettungsabschlusses gelegt. Was war das für mich? Das ist das für mich. Das ist die Rettung des Rettungsabschlusses. Das ist sicherlich... ...dass ich mich nicht... ...und das ist alles normal. Das ist nur ein Buch. Ich habe schon über die Rettung des Rettungsabschlusses gelegt. Der Mensch, ich habe von mir und mindestens 10 Uhr gelebt! Vielleicht habe ich mich mit mir darüber geschrieben. Ich habe mir eine sehr nahe note geschrieben, aber er war mir anders, glaube ich. Ich habe nichts damit veracondereses für mich. messi nina nikah kreide ist so nie kann kagaren der loka mir keine fragen aber ich kann auch immer wieder reden Ich habe noch nicht gehört. Ich habe noch nicht gehört. Ich habe noch nicht gehört. Was ist das? Nein. Das ist auch. Ich habe auch gesehen, Fuyusaka, Iori. Das ist auch bei mir. Das ist auch so. Das ist Kisaragi Tomi. Ich habe noch nicht gehört. Ich möchte noch ein paar Fragen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Du bist zu meinem Nachzuno. Du hast eine neue Sache gemacht. Was ist das? Das stimmt. Vielleicht ist das... Was ist das... Das ist das... Ich habe noch nicht gehört. Ich bin froh. Ich habe noch Lookaway. Ich hab noch die Freunde. Ich bin froh. Ihr Leute, sie sind wunderschön? Okay, ab hier gibt es wieder zwei Dinge. Leichtathleten, das ist doch Senpai, ne? Also... Soll das? 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 Minami-san, hat er sich angefangen? Hat er sich angefangen? Hat er nicht so lange? Was ist das? Was? W-W-W-W-Was? Hä? Ah, mit dir kann ich auch drüber reden. Ah, da ist noch eine. Ah, da ist noch eine. Ja, aber... Nachsno, ich habe noch einen Schatten, vor dem ich, nach der Schule wieder zu spielen. War mir, was du schon gesagt? Was? Ich habe auch noch einen Schatten, aber ich habe zu Hause gelaufen. Was? Ich habe auch noch etwas gemacht. Was? Ich habe einen Schatten, mit einem Schatten? Wie Karten. Mit ihr kann man nur laden? Ja, das stimmt. Wie ist das? Für mich hat er gesagt, dass Nat-Chan die UFO-Güttze für mich zu holen, aber... Es war ein Kind in der Norden. Nein. Oh wow, man, die kann man erlauben. Wow, Alter. Oh Oh Wieso läufst du jetzt hier rum? Ah alter Akte 1 Es war mit der Unruhr an Akte 2 Also Oh Oh Ich weiß, dass ich hier in Tokisaka-Ginja bin. Doch ich will doch nicht. Doch ich will doch nicht. Doch ich will doch nicht. Ich will doch nicht. Das ist ein Uck. Er ist ein Roboter. Sie ist ein 17-Jähriger. Er ist ein Schwerster. Er ist ein Schwerster. Ein Schwerster. Das ist ein Roboter. Vielleicht ist das ein ... Mich stört das, wenn es immer noch grün leuchtet oben. Ach, warte, ich kann das sogar vor... Oh... Also wie alt der denn Schatten könnte sein? Soll ich... Hey... Ich kann das nicht sprechen. Ich bin ein Takamiya. Das ist das, was du für die Erwanderung? Das ist das, was ich nicht. Was war das? Ich wusste, dass die Daten von Shikishima verabschiedet wurden. Das ist ein Beispiel. Nein, das ist gut. Kümmer dich nicht um mich, Alter. Du bist in einer verdammten Schule, wo alle irgendwie gleich ausschauen und du bist der einzige Typ mit einem schwarzen Handschuh und mit einer scheiß Sonnenbrille. Äh, Flur, der erste Klasse. Ich meine, dass die nicht auffallen. Ey, wirst du mich verarschen? Wissen sie? Ja, wow, das hatten wir doch eh schon. Jetzt schauen wir mal, was da wo gar da wo ist. Zum Dach. Sollen wir nicht zum blöden Schrein gehen oder so? Jetzt gibt's Stress, Alter. Wo sind wir? Wie ist das? Wie ist es? Ich bin nicht schlecht. Was hast du? Ich habe nur die Hörbein. Das ist dein Hörbein. Was ist das? Was ist das? Ich dachte, dass du ein Hörbein. Ich dachte, dass du ein Hörbein. Ich dachte, dass du ein Hörbein. Was? Ich weiß nicht, was ich bin? Ja, ich weiß nicht, ob ich die Schwerke nicht verletzeile bin. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, aber ich bin mir die Schwerke nicht verletzend. Ich weiß nicht, ob ich die Schwerke nicht verletzeile bin. Das ist doch so. Ich habe mal die Flucht, die Minami schlussend geflogen. Was das? Ich habe eine andere Geschichte. Der Mann ist so etwas zu tun. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kann man dich jetzt das mit der Märchenthalte befragen? Ja. Ich muss mal drängen. Das geht ziemlich lange, ist die Story, ne? Sind wir jetzt 18 Minuten unterwegs damit? Na gut, sagen wir 15. Holy shit, Alter, das war aber kein Feuer. Und die anderen stehen hinten dran. Hm, schaut lustig aus. Wie ich es sehen könnte, ist es nicht schlecht. Ich habe keine Ahnung, ich habe auch geblieben. Ich habe immer geblieben, wie es sich um die Schrauben verletzen. Ich habe mich auf die Schrauben und habe eine Schrauben verletzt. Ich habe mich auf die Schrauben verletzt. Ich habe nicht nur geblieben. Das Stück Plastik! Man sieht doch, dass das eine Brille ist! Das ist ein verdammte Metgenklo, Alter! Das ist ein verdammte Metgenklo, Alter! Das war's für mich. Ich bin jetzt schon ganz wichtig, mit einem B-Kleuer-Kleuer. Ich bin auch ein Foto von Kisaragi-Tomi. Ich bin einfach verletzt, aber ich bin immer wieder zu sehen. Ich bin sehr glücklich, das war es so gut. Das ist so ein ganzes Tanteil. Wenn man aus diesem Verkaufsgebiet von der Verkaufsgebung sagt, dass der Verkaufsgebiet sicherlich eine sehr schlussendliche Verkaufsgebiet ist. Das ist die geilste Aussage ever. Kisaragi Tommi. Ich habe schon gesehen, dass du vor ein Jahrzehntelst. Gut. Die ist so geil, Alter. Bärenputzer. Woher ging es? Sie sind noch nahe. Das war quasi 1C, oder? Der ist nicht. Hey, da passt es doch gerade gar nicht. Was hast du auf dem Kuchner? Was ist das? Es ist schon so. Was ist das für die Kuchner? Wir gehen hier in der Kuchner-Kuchner. Wir gehen hier, oder? Das ist das? Was ist das? Was ist das? Sie sehen, sich das mit meinem Schrauben zu sehen? Ja, aber ich habe das, was ich, aber ich glaube nicht, dass ich das nicht? Das ist gut, was ich? Diese Kamera ist auf dem Platz. Diese Kamera ist das, was ich. Ich würde sagen, dass ich das Böja-Böja-Böja-Böja-Böja-Böja-Böja-Böja-Böja-Böja-Böja-Böja-Böja-Böja-Böja-Böja-Böja-Böja-Böja-Böja. Was ist das? Ich habe das, was ich damals gesehen habe. Ich habe das, was ich gesehen habe. Usami-chan. Was ist das mit Miwako? Ich habe gesehen. Ich habe auch gesehen. Was ist das? Okay. Das ist die Das ist eine andere aus einer anderen Zeit, beziehungsweise aus einer anderen Dimension. Das ist eine andere Ausbildung. 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 Das ist eine andere Ausbildung.